die johannes Kindlein vergangene alles wieder hier und heute haben am speziellen schon lange nicht mehr gesehen das ihr kennt ihn noch als Dark Beat Toni Jo und wir spielen heute Webo 6 freu ich mich wo ist so ich stammt läuft bei mir ein Intro du bist im Intro schwerer an normalen Buster war jetzt krass boah sieht das geil aus alter Ich glaube das ist die erste Mission, nirgends so ein Kerl in den Auto und dann... Siehst du das Video nicht? Ich hab's schon. Achso. Drei Tage später. Ich hab jetzt den Schein gefangen. Ich hab's nicht auf dem Pacific Center. Du hast einen Break-Quarantien. Hast du noch nie gedacht? Warte Gott. Krass, Alter, was geht bei dem? Wuuuh, Ausbrechung. Sieben Tage später. Der National Guard ist in der Position, bis die Oma kommt hier. Nein, natürlich. Der Bartlett kommt nicht kurz. Ich kann gar nicht sagen, Terrorismus oder etwas anderes. Ich habe keine Operation. Lass sie ein bisschen weg. Wir sind nicht der Terrorismus hier. Das ist nicht Terrorismus. Sie müssen uns immer. Send, Thermite, Doktor. Und ich brauche einen Russischen. Ich erkläre später. N6, sende sie schnell, bevor das alles runterkommt. Krass, Alter. Also die Märchen habe ich noch nicht gespielt, aber das scheint die allererste zu sein. Ich habe jetzt insgesamt vier Märchen gespielt. Das ist aber random, die Maps. Ja, das ist mir bewusst. Ähm, ja. Das ist, finde ich, eine Menge auch bei der Schaden. Du kannst hier mal unten rechts drauf klingen, auf dem Zeichen. Ja. Kannst du mal sagen, normal oder pandemisch? Also, normal ist bei mir und, äh, pandemisch ist, also beide Sachen sind bei mir. Oh, super. Ich weiß. Aber ich bin ja nie deswegen. Also, ja. Dann nimm mal normal. Okay. Okay. Guck mal, wo Formates haben sie nicht lief denn. Also, jetzt, das beantwortet auch einiges an Fragen. Wieso, weshalb, warum. Oh, die habe ich noch nicht. Oder was? Ich finde Outbreak an sich generell sehr geil. Ist eine sehr geile Idee und ich wünschte mir echt, dass die es, äh, länger reinmachen würden. Oder eben halt auch, äh, eventuell komplett. Ich nehme mal Doc mit. Der hat eine coole Schrotflinte. Ja, ich kann dich auch unterbeleben. Übrigens, hier kann man auch die Gadgets nachladen. Das heißt, du kannst dich so aufteilen, wie du willst eigentlich, aber man muss sie halt finden. Ich bin noch so der komplette Noob in Rainbow Six Siege. Weißt du, ähm, ich habe jetzt ein paar Mal den, ähm, Dings gespielt. Den normalen Modus, was mir allerdings gar nichts zusagt. Ähm, der Terroristenjagd finde ich noch einigermaßen cool. Sogar gegen höhere Bots. Aber, ähm, Outbreak, Outbreak fistet mich. Ich will, abgesehen von Warframe, nichts anderes mehr spielen. Und, äh, auch so alle, mit denen ich dauerhaft spiele, wie zum Beispiel der, ähm, DJ Moon aka Marcel. Grüße gehen raus. Äh, ja, aber guck mal in der YouTube-Videos, du Drecksack. Da wüsstest du, wer das ist. Oh, Video? Sorry, ich guck keinen YouTube-Fan. So wie in Twitch-Shows. Guck, kauf mal nicht von einem Merch. Wie falsch. Ja, ich nehm nur mal den Standard-Kram. Mischen kenne ich sogar schon. Echt nicht. Das ist die erste Mission. Die, die habe ich schon gespielt. Das Video kann ich nur nicht. Richtig krass. Die Mission habe ich schon gespielt. Übrigens wusstest du, dass es so Executioner-Moves gibt hier? Ja. Glory-Kids auch genannt. Kommst du klar oder brauchst du Hilfe? Ja, passt. Weg da von meinen Freunden. Pasch. Ah, ich wollte ihn nicht sehen. Oh, der rushed. Warum müssen die immer rushen? Keine Ahnung. Ah, stimmt. Der kann ja gut so schlecht. Hedge-Shot. Hedge-Shot. Kannst du ja mal healen. Ähm. Wenn du siehst hast, sag mir das. Brauchstarts. Also, eindrücken. Ja. Und einfach aufm schießen. Mausrad drehen, damit du die Waffe wechselst. Weil sonst, wenn du nochmal drückst, halt dich selbst. Oh. Ja, hier wär er auch. Komm hinter uns. Das ist nix. Oh. Halt's Maul. Halt's Maul. Halt's Maul. Ja, er mag mich. Hilft mir. Halt's Maul. Der mag mich. Er will ihn da hinten mit mir. Er liebt mich. Such dir Freunde. Halt's Maul. Halt's Maul. Halt's Maul. Halt's Maul. Oh, scheiße. Halt's Maul. Gummert euch die Wand. Habt ihr den Großen gekillt? Ja. Gut. Ich war nur die Ablenkung. Mal auffüllen. Aber nice läuft. Ich hab WhatsApp Nachrichten. Mal gucken was. Also. Nur mein. Nur der René. Gut. Der kann warten. Der hat Kinder. Mal eben Monster genießen. Scheiße. Stell dich mal kurz hier hin. Ich muss da ganz kurz aufpassen. Ich beschütze dich dann, ne? Der ist schon weg. Wieder da. Jo. Ja. Ja. Hinter euch einer der explodieren kann. Okay. Hab ihn leider nie erwischt. Oh. Hat ihm wohl nicht so gefallen, dass ich hier auf ihn gefeuert hab. Ammunition ist gut. So. Buck. Ah. Ah. Wir müssen nach oben, ne? Ja. Package located. Secure her and prep for exhale. Ah. Was ist die Fälle? Übrigens, du kannst auch Türen schließen, ne? Ja. Okay. Soviel Fenster. Und Wände. Wie im Vorsten. Wir haben meine Schnäpps. Ja. Hier zum Beispiel kannst du welche nehmen. Das bringt aber meistens nicht viel. Ja doch. Die können nicht eigentlich was. Ja. Schnell durch sind sie trotzdem. Ja. Und ich hab keinen Plan davon, wie ich das machen. wuuhh. F gibt es im zweiten an der Wand. Woh! Woh. 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 Oh, mein Gott. Hey, hey, hey. hast du dir so gedacht aber dachtest du nur was war das ich hab sie Lauf mal. Wuhu. Warte mal. Kommst du zu mir? Kleinen Moment, ich hiel mich eben. Was war das? Ich bräuchte vielleicht Hilfe, ich muss die ganze Schleppen. Wow. Wenn er gegen eine Wand gerannt ist, du kannst die Knife nicht bossen. Dann kannst du ihm die Panzer unterrichten. Ach komm schon, nein. Nein, nein, nein. Meine. Au. Kannst du mich abschießen mit dem Gealer? Falls möglich. Gib. Danke. Ja. Ich häng fest. Toll. Toll. Ähm. Belebt die Geisel. Ach. Jo. Du dich um die Geisel. Ich lenk dir ab. Und ich schlaufe wieder. Ja. Ist gerade unser Mate geflogen? Ähm. Nein. Übrigens. Du kannst dich glaube ich sogar selbst fällen. Ja. Wo ist der Große? Dort. Ähm. Versuch ihn zu ner Wand. Also. Stell dich hinter. Also vor ner Wand. Schließ ihn so lang ab bis er so rennt. Kannst du. Au. Er kannst ihn messen halt. Ähm. Ja. Au. Ah. Zu blöd. Ging. Ich hasse den Großen ne. Ja. Was macht der eigentlich? Sorry. Tu mal Maushart. Wenn es geht. Ne geht nicht mehr. Die haben 2 auf ihm im Team. Toll. Was hat denn der Mate da gemacht halt halt? Das war ja mal. Er hat ausgerannt und wir sind gestorben. Und übrigens. Wenn man sterbt. Der war eine Szene von dem Fürst, das getötet hat. War auf jeden Fall geil. Schade eigentlich. Ne. Der hat aber wirklich gar nicht in Team gespielt. Der hat nichts gemacht. Weißt du. Eigentlich schade. Naja. Trotzdem. Danke fürs Zusehen. Wenn ihr mehr sehen wollt. Bewerten nicht vergessen. Und in die Kommentare schreiben. Checkt meine Social Media Seiten aus. Wenn ihr Bock dazu habt. Ist alles natürlich kein Zwang. Deswegen. Danke nochmal fürs Zusehen. Tschüss. Ich bin raus. Ich bin raus. Das ist alles. Das ist das.